ja hallo und herzlich willkommen zu let's play video online mit dem was denn ich bin nur in der cutscene sei mal leise yay gib 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 inkompetent und keine panzerung cutscene warum muss ich jetzt erst reinkommen halt's maul das ist das wort, was ich anzusehen du weißt, es ist ironisch, weil wir vielleicht nicht die beste Zeit, um die Ironie zu diskutieren Gott, was ist falsch mit mir, du weißt ich bin meistens so ein hoher Achiever für ein Kriminell so bevor wir entfernen Professor Raskofsky von seinem Unwelcome stay in prison wir müssen wir müssen wir müssen ein paar andere lösen ja es ist ein aber nein, es ist nichts immoral nur leise die Professor ist und zwei leise aber wirklich es ist alles ich meine, ich sage immer wenn man ein paar leise kann dann wer kann du hier sind sie Gavin und Josh Sherman holen sie auf die Straße holen sie holen sie die 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 und eine große Sicherheits-Team. Geht nah an ihn, zieht ihn runter und nachdem sind wir bereit zu gehen. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online. Das Finale des zweiten Heists mit dabei sind einmal der Tobi. Hi. Einmal der Vakus. Hallo. Und einmal der Ganesha. Genis. Ja. Und wir starten jetzt die nächste Mission. Die Leute sind jetzt bestimmt voll verwirrt, weil jeder für den anderen Namen Hallo sagt und sowas. Es geht gar nicht, sowas. Ja, sie haben ja noch nicht davor schon eine Partei vorgestellt. Wieso sollte ich leise sein? Was hast du jetzt wieder? Sie lieben doch diese Scheiße. Das sind wunderbare, nicht nervige Stimmen. So, kann ich starten? Wieso laber ich Scheiße? Ja, weil du Scheiße laberst. Und du sagst, ja und bitte Markus. Und ich sag, hallo? Dann denken die doch, ich wär Markus. Ganz sicher. Genau. Ja. Vor allem Markus denkt, du wärst Markus. So. Kann ich auf Spielen drücken? Ich rede von den Zuschauern, du Honk, Alter. Fangen wir mit an von der Hand an. Du bist so ein Selfie. Ich bin so ein Vollhorst, Alter. Ja, gut Markus, warum sind eigentlich wir immer in deinem Team? Wenn wir die Besten sind. Ah ja, ich kann einen Anzug anhaben, wundervoll. So, ich bin jetzt aalglatt. Na, ich bin leger. Komm, nehmen wir beide die, äh, die, äh, pinke Sturmhaube, ja? Oder weiß ich ja nicht, wer wäre. Ich bin Ani-Wir-Killen. Die Maske hab ich mir tatsächlich gekauft. Ich bleib die da. Komm schon. Komm schon damit. Haben wir noch. Ja, ich hab noch. Ja, okay. Ja, okay. Ja, komm, schauen. Ist ja auch Prinzess-Robot-Bubble-Gum. So, ich soll das auch, ne? Nehmen wir die. Sollen wir beide sein? Prinzess-Robot-Bubble-Gum? Hast du dir eigentlich den Anime schon mal angeschaut? Nein, aber werde ich machen. Der ist so, alt. Geht's ja auch. Die Leute, genau, die machen das auch. Alter, das ist doch dein Kakao, wa? Und alle es an. Mal schauen, wie hast du die so, wie die so schauen. Auch Prinzess-Robot-Bubble-Gum? Alle Prinzess-Robot-Bubble-Gum. Soll ich jetzt liché oder aalglatt? Ja. Ich überleg. Ach komm, ich bleib. DJ. Ah, nein. So, ähm. Ja, wir sind's. So. Gut. Ja, können wir. Let's go. Was für lustig. So. Los geht's. Taxifahrer, fahren Sie mich bitte zu dem Gebäude, da wo wir gehen. Oh, flott. Kann ich so, Max, wieder bei mir einsteigen, oder? Ich guck erst mal, ob's so geht. Wenn ich dann... Okay, alles klar, Markus, wir müssen scharfschützen und Gewehre auspacken, hast du einen Schalter im Vertrag? Sicher. Okay, passt. Wenn's sich wieder backt und weggeht, dann ja, aber bei der Scharfschützen war's derweil immer gut. Und dabei bist du auch nicht. Ja, und wir müssen unseren Schuss timen. Also, dass wir gleichzeitig schießen. Genau. Und das machen wir mal mit einem cooler Triff, find' ich. Ja, der war schon gut. Und jetzt fachst du rein. Nein, 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 warte. Wir müssen. Okay. So, ich bin gleich klar. Halt, wann erinnerst du eigentlich den Nummernschild? Bitte? Was? Wann du das Nummernschild änderst. Ach ja, wenn die App funktioniert. So, dann geht. Off. Okay. Ich muss sagen, ich will nicht der beste sein. Ich glaube, wir sind von da gleich oder von noch an die Ebene rauf? Ich hält mal kurz leise. Können wir das außen mal außen machen? Bargast. Ne. Ja, gut. Was? Prima. Alter, sind ja viele. Granate. Warum kriegst du keiner genutzt? Wir haben jetzt schon den nicht gesehen, weil, Bargast? Okay. Wir müssen warten, bis sie hier ankommt. Achso, nein, bis sie. Vergiss nicht. Okay. Ja, wir müssen wahrscheinlich auch snipern, ne? Ja, dann beginnen wir einfach, oder? Schwarze Benefekt der Schäfte. Den gehen wir am besten in Deckung. So. Nein, das ist aber nichts, wenn wir snipern. Wir müssen uns aber absprechen. Wer nimmt wen? Nimmst du dir mal einen Falkon oder an diesem Fabel, ja? Ich nehme den, der da drauf steht, da links vom Haus. Ja, okay, Bargast. Dann nehme ich kein Vorfall. Ich nehme den Grau, ja? So, jetzt. Ja? Drei, zwei, eins, go. Warte. Drei, zwei, eins, geht's, Markus? Der ist weg. Drei, zwei, eins, jetzt. Fuck. Das sieht nicht danach aus, ne. Du, tot? Okay, wir müssen die Akte holen. So, wo sind die denn alle? Schildeskeit. Ja, wir müssen jetzt näher gehen. Ja, wir müssen, ne? Ja, komm. Es kommt jetzt. Da ist noch einer. Bist du roter gefallen? Nein, nein, bin ich nicht. Wo ist noch einer? Aber, ja, ja, gut. Ich bin roter gefallen, aber ich habe keinen damage bekommen. Du musst schnell sein. Oh, fuck, ich werde schon abschissen. Doch, einer. Na. Ja, dann gehen wir mal. Mhm. Gehen wir am besten von vorne an einen an und stellen uns dann dahin und gucken, ob da noch ein bisschen mehr wegholen können. Warte. Oh, fuck. Wir müssen mal, wir müssen nicht wie ran? Äh, ja, ähm. So, da ist direkt jetzt hier am Ende an einer. Nimm du den am besten mal. Mal hier so. So, halb wird da sein, oder? Auch nicht, scharfschützen. Äh, muss es zu sein, dass wir das ziemlich verschissen haben? Ja. Oder muss die Polizei kommen? Es muss die Polizei kommen, aber wir hätten schneller sein müssen. So, hier können wir wahrscheinlich durch das Tor durchlaufen. Alter, wie viele Bullen da sind. Kannst du den von irgendwo sehen? Ah, ich... Ich mache einmal was gut, was das ist. Nein, ich kann nicht sehen. Ah, verdammt. Aber, ich treffe jedes Mal. Ja, schau mal, wir können von hier vielleicht reinsteigen. Kannst du den raus? Ich werde rein glätten, danke. Was ist? Hm, keinmal. Aber passt auf, dass... Das war nicht so geplant, dass ich den gebraucht bin. Ja, nein, mach dich nicht so. Aber ich hätte gerne noch ein Auto von hier drauf. Warte, von der Seite kommt noch ein. Ich will nicht bemerken. Ach, scheiße. Wir versuchen mal ein Auto von hier zu treffen. Das war nicht so, dass ich den gebraucht bin. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Fuck, ich bin drückt. Ich habe ihn. 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 Okay, also diesmal timern wir das. Ich habe leider nicht gut getroffen. Jetzt aber, das machen wir jetzt. Ja, es reicht offensichtlich, dass man einfach in den Rücken schießt. Reicht den Rücken? Ja, kam mir jedenfalls zuvor. Okay, weil ich war voll damit geschossen. Weil ich aber versuche, den Kopf zu treffen. Okay. Du nimmst es wieder. Ich nehme wieder den anderen. So. Jetzt nicht vergessen die Massen auf. Ich nehme wieder den anderen 10, ne? Ja. Okay, so. Dann müssen wir aber ganz schnell wieder runter. Ja. So. Warte, einer kann runterrennen und ich kann zum Beispiel von oben dann mit dem Raketen Schie... Oh, nee, runterschießen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Mund ich noch habe. Äh, vier Schuss. Ich habe hier wieder vier Schuss. Oh, fuck. Ist es runtergefallen? Am Schießen. Der ist am Balkon. Sorry. Okay. Gut. Ich, äh, wieder den Gleichen, ne? Ja. Warte, ich warte. Ah, fuck, ich habe ihn schon ausgewiesen. So. Drei, zwei, eins, go. Ich muss, glaube ich, auch erst zum Aussichtspunkt. Achso. Ja, warte auf den Ziel. Wieder einer. Aber trotzdem. Gut. Schauber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kann man sich wirklich hinlegen oder so? Nein, hinlegen nicht. Aber du kannst... Der ist am Balkon, glaube ich. Was ist der? Den schon. Also nicht zum Deckung. Hey, was? Ich kann so schleichen halt, ja. Ach, Scheiße. Na, hat mir aber eh keiner gehört. Vielleicht von hier mal. Da steht doch noch einer in dem Pavillon, oder? Nein, da ist keiner mehr. Okay. Ah, den hast du schon. Ja. Klettern wir jetzt vielleicht hier drüber, oder? Ja. Ich sehe das auf der... Ja, also nein, warum nicht. Ah. Gehe ich nur durchs Andeck, okay. Da kommt man. Pass auf, dass sie dich nicht sehen, ne? Ja. Okay. Du nimmst den Grauen wieder? Du nimmst den Grauen wieder? Ja. Hä? Okay. Wenn es die Stiegen anfangen, zieh ich runter. Ernst? Wo sind denn die? Ah. Ah, fuck! Hab ihn. Hab ihn. Na, gerne. Gut. Du geh runter. Ja. Kommt jetzt hier her. Es wäre gut, wenn wir den auch geräuschlos ausschalten könnten. Die kommen jetzt ganz zufrieden. Oh, oh. Hier rum. Schnell. Dann sieht der uns nicht. Ja, gut. Ja, ich auch noch. Ich kapier aber nicht, wie wir... Oh. Ja. Ja, wundervoll. Baller da mal rein, Markus. Vielleicht hat einer was geschrieben. Wow, oder so. Ja, aber wir sind nicht entdeckt. Aber jetzt wird es gleich eher wieder weggehen. Ja, nur wenn wir entdeckt werden. Baller auf die Autos, Markus. So, warten bis das reingeht. So. Oh, da habe ich noch einer. Okay. Baller auf die zweite Gruppe. Eine, eine, eine. Geht! Das war das falsche Autos, aber okay. Ich kann auch von uns sniper. Nein, mach... Schmeiß Granaten nach unten. Okay, der kommt nicht. Wäre gut, wenn wir das direkt unterziehen. Ja, ich schmeiß. Das ist jetzt... Jetzt will ich die andere Waffe machen. Komm mal runter, Markus. Nein, oder bleib oben. Nein, ich... Ich kann von unten, sonst nochmals die runter schießen. Gucken wir mal. Na, äh... Sind noch welche da? Oh, da ist einer. Die sind noch einer. Ja, okay. Ich hole das Ding, ja. Das ist aber besser, wenn wir es mit Schalldämpfer... Ich komme runter. Ich hoffe, ich falle nicht. Nein! Schieß doch! Okay, wir haben uns aber anscheinend nicht entdeckt. Gott, den... Nein, nein, nein. Das ist klar. Oh. Okay, okay. Okay, go. Ich bin gleich unten. Direkt rein. Jetzt wie... So rein. Komm. Ich bin mit der... Mit der Karre komme ich. Warum kommen wir da nicht rein? Ah! Mir ist der Chopper. Ich lenke ihn ab. Ja. Nein, nein, nein. Lenke ihn nicht ab. Komm rein, Markus. Ich habe ein eigenes Auto. Komm, fahr mal. Ja, okay. Lass mich rein. Ich... Ach so, willst du mit meinem Auto? Okay. Zahn. Der Chopper schießt uns. Ja. Zutritt ist... Ist nicht auf Crew gestellt. Wo ist denn der? Fuck. Ich... Warte. Was meinst du rein? Also haut der mit dem Auto ab oder zu Fuß? Ja, schnell such dein Auto. Toll. Was? Geht der weg? Weil ich werde abgeschossen und von wo? Wo? Da ist der eins. Da ist der eins. Ja, ich bin schon unterwegs. Toll. Ich hätte gar nicht abgeschossen. Lauf, lof, 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 lof. hat ein eh-eh-eh ja ich weiß aber wo ist denn der ich bin bei den Kops haben sie auch nicht hinfahren den musst du da bei hä ne das ne das sind zwei, komm in die Parkarage da wo ich bin, da sind Parkarage da ist er kriegen sie uns die Dinger nicht hab ihn irgendwann, weil es sind nur noch Jobpops verlassen, das ist gut gern wenn du nicht järg, wenn es von mir ok ich hab auch da warm hier kommt schon mehr rein wo aber die Granaten, die Schüsse waren schon gut mhm die waren super Mantel ja, aber ich bin es da herkwärt so, wir müssen es jetzt den Moment geschafft haben wie sieht es bei euch aus ja, wir sind gleich die Kops los dann fahren wir nur noch zum Department so, wir haben es auch die Schüsse, ja ok ja ok, wir können eine bis zu ja ok, wir können eine bis zu fliegen, ja ok, wir können voll lau ja Pops, gut, fahr ja jetzt noch nicht nicht? ich fahr schon mal ja jetzt hab ich so fahre und steigen ja, ich sollte für was willst du? aussteigen? steigen wir in das eine vorne, eine schnelle ja komm ja komm was ist ich bin wo reinkommen aber dann ist ein Butter innen gibt's auch noch alles der ist cool der ist echt bald gelohnt der ist echt bald gelohnt der ist echt bald gelohnt WTF, warum bremsen denn die Autos so totaler? die heißen der Pegassi? im Fernus im Fernus das ist das schnelle Auto mit dem wir Quanzel punishen kannst du dich erinnern? hä? ne romantischer Arb wir sind in einem eingestiegen boah alter geht der ab das war dann ah ok der ist auch echt geil alter nein nicht der der so leise ist so, was müssten die noch machen? wir sind schon da wir sind fertig achso die Unterlagen im Planungsraum abliefern fertig boah der geht zwar ab der Wagen alter der ist so geil komm da auch drauf ja komm ja komm so jetzt hast du cool an den Tisch glaub mhm na du bist da was jetzt bin ich wieder Browser? Platinen ja ich bin Gold wenn ich die meisten in dem Bild hab ja i'll ever 7 und 20 31 ach ich schaffe voll oft defack das schau ich ja ja das ist robot princess bubblegum das ist der anime gerne dir wohl sag ich ja Markus das ist nix für dich das ist nix für dich ja das ist so hell die ist schon scharf gell ich glaub der WTF was macht die mit dem Stab sag ich mich sag mal ha das war jetzt noch nicht das finale oder? sag mal nein das finale ist dass einer sich verkleidet als Typ und dann halt einer also einer müsste mit dem ähm ja nix spoilern Markus nix spoilern nix spoilern nix spoilern nichts spoilern nix spoilern Ja, das schneide ich eh weg. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten. Ja, wir sehen uns dabei. Ich werde ganz wuschig mit dir. Die großen Jungs müssen jetzt mit dir im Pullover anspielen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo. Ja, hallo. Ich schau das weiter. Das ist die Beats. Das ist die Beats.